Wir sind nun ein Team. Das müssen wir feiern. Anna, was ist denn los? Opa, das Kaninchen ist weg. Ich habe nicht aufgepasst. Es tut mir so leid. Naja, es wird schon irgendwo im Haus sein. Das kann passieren. Ich weiß, dass du sehr im Stress bist wegen deiner Prüfungen. Trainer Deutsch, ich muss Ihnen etwas sagen. Was denn, Oskar? Es ist nicht Annas Schuld. Ich habe nicht gut auf das Kaninchen aufgepasst. Ich habe auf meinem Smartphone gespielt, als es weggelaufen ist. Es tut mir leid. Auch, dass ich gelogen habe. Na zumindest bist du jetzt ehrlich. Sind wir noch ein Team? Willst du noch mit mir trainieren? Ich will kein Muskelpaket sein. Aber es stimmt schon, ein wenig Fitness schadet mir nicht. Und ich würde sehr gerne mit Ihnen joggen gehen. Gut. Machen wir das. Morgen um 6 Uhr früh. 6 Uhr früh? Das ist ab... Oskar geht sehr gerne morgen früh mit dir joggen, Opa. Sehr gut. Laufkleidung und Laufschuhe nicht vergessen. Kein Problem, Trainer Deutsch. Schaut mal, wer da kommt. Dann ist ja alles wieder in Ordnung. Heißt das, dass wir morgen früh nicht joggen gehen? Oskar? Ist ja schon gut. Ich habe verstanden. Pünktlich auf die Minute, Oskar. Respekt. Ich bin bereit. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Und dir wird auch nicht kalt? Es hat nur 8 Grad. Bald beginnt der Winter. Ich habe leider nur diese Sportbekleidung. Aber Sie haben recht, es ist ziemlich kalt. Können Sie mir helfen? Danke. Nur die Farbe ist etwas komisch. Also ich finde, dass dir rosa sehr gut passt. Anna hat mir diese Farbe geschenkt. Aber ich trage lieber blau und schwarz. Na komm, genug gequatscht. Laufen wir los. Ich kenne dich eigentlich gar nicht. Was wollen Sie denn über mich wissen? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 21 Jahre alt. Dann bist du jünger als Anna. Und jünger als sie bin ich auch. Woher kommst du? Ich komme aus Österreich. Und warum studierst du nicht in Österreich? Ich habe anfangs in Österreich studiert. Dann habe ich ihre Enkeltochter Anna kennengelernt. Daher studiere ich jetzt hier in Deutschland. Oskar, du bist doch nicht etwa aus Salzburg? Na, Wolferl, komponierst du ein neues Stück? Ja, mein Schatz. Es heißt, eine kleine Nachtmusik. Ich bin aus Salzburg, ja. Aber fragen Sie mich nicht nach Mozart. Warum? Magst du klassische Musik nicht? Nein. Ich höre nur Boogie. Boogie. Interessanter Musikgeschmack. Und Sie? Was hören Sie gerne? Ich höre keine Musik. Wirklich? Haben Sie gar keine Hobbys? Doch. Fitness. Fitness und Jonglieren. Toll. Das würde ich gerne lernen. Na, habt ihr endlich Freundschaft geschlossen? Freundschaft? Ich bin sein Trainer. Das ist rein professionell. Ach, Trainer Deutsch. Ist schon in Ordnung. Ich mag sie auch. Und wir sind ein tolles Team. Anna. Hoppla, da habe ich wohl die Tür offen gelassen. Keine Sorge, ich erledige das. Ich mag es aus, stино. да, ich bin Ochertius. Xiaoxus. Ich bin ein Signal. Schein stöhnt. Dir tem nehm both. Dimee recht mit Ihrerself lumbermengust. Bar равно Aufесть dem, Auf toda daher. Vielen Dank.